Hallo liebe Freunde, mein Name ist Jérôme Lulling und heute zeige ich euch 50 Bilder von Tieren und Insekten. Mit Untertitel natürlich. Dann schauen wir uns das gleich mal an. So, Bild Nummer 1. Ich sehe einen kleinen Vogel. Ich sehe zwei Elefanten. Das ist ein kleiner Fuchs. Ich sehe eine kleine Katze. Das ist ein Leopard. Ich sehe eine Giraffe. Das sind drei Pferde. Ich sehe einen Panda. Das sind zwei Flamingos. Ich sehe einen weißen Hund. Das ist ein Löwe. Ich sehe zwei Zebras. Ich sehe einen Adler. Ich sehe einen Hirsch. Ich sehe eine Schildkröte. Das ist ein kleiner Affe. Das ist ein Tiger. Ich sehe einen Hund. Ich sehe einen Hund. Das ist ein Schmetterling. Ich sehe mehrere Schafe. Das ist ein Pfau. Das ist ein Hamster. Das ist ein Hamster. Das ist eine Schlange. Das ist ein Eichhörnchen. Ich sehe einen Frosch. Das ist ein Papagei. Das ist ein Papagei. Das ist ein Rehkitz. Das ist ein Gorilla. Ich sehe einen Fisch. Ich sehe einen Nashorn. Ich sehe einen Nashorn. Das ist ein Hahn. Das sind Küken. Ich sehe eine Eidechse. Das ist eine Ente. Ich sehe einen Gans. Das ist ein Pferd. Das ist ein Walfisch. Das sind Kamele. Ich sehe zwei Widder. Das sind Bienen. Das ist eine Spinne. Ich sehe eine Fliege. Ich sehe einen Igel. Das sind Kühe. Ich sehe eine kleine Maus. Das ist eine Ameise. Ich sehe eine Fliege. Das ist eine Heuschrecke. Das ist ein Krokodil. Ich sehe viele Vögel. Und das war es auch schon. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Es gibt noch einige Informationen, die ich hier mit euch teilen möchte. Und zwar auf meinen Internetseiten können sie Audiodateien laden, kaufen, um Deutsch zu lernen. Zum Beispiel hier auf Amazon apprendre l'allemand Deutsch lernen mit französischer Übersetzung, mit Traduction Francaise, aber auch mit englischer Übersetzung, learn German. Also auf meiner Internetseite luling.net befinden sich die nötigen Links dazu. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit.